die Aufnahme ist ein bisschen random entstanden, das heißt wir kommentieren nicht, sondern labert irgendeinen Müll. Ich hoffe es gefällt euch und wir würden uns über ein Abo und ein Like freuen. Bis zum nächsten Mal. Also da ist schon mal eine. Ich glaube drei Kisten finde ich noch ganz gut. Naja, vor allen Dingen hier. Lugleck ist dieser andere Stadt mit vielen Kisten. Ja, ich habe jetzt schon drei. Du bist mir deutlich voraus, weil bei mir einfach keine Kisten sind. Drei. Jetzt wäre Gruppenhilfe doch geil. Bei mir sind keine Kisten. Und bei mir sind es auch noch Kisten. Ich lasse dir, ich kann dir die markieren. Bei mir. Bei mir ist einer. Ich komm. Sei wallah bei dir. Aua. Bitte. Aua. Oh, dicker. Fuck, Mika. Wo sind die? Weiß ich nicht. Die pushen, ich seh die. Knock. Anna knock. Ich kenn mir medkit. Ja, ja. Ich hab dir Kisten markiert, ein paar. Bei mir im Haus. Ja, jetzt erstmal nicht wichtig. Ah, der andere kommt. Swide. Huch. Hab ihn. Loll. Garnelik ist. Wenn mir im Haus. Ich denke, das war eine absolute Potts. Ah, eh. Da kommt noch mehr. Wo? Versuch hier einfach. Weil ich, ich hab nur einen Puls gehört. Aber Daumen auf dem Haus ist eine. Ja, ich brauch zwei. Und da ist eine. Darum unten. Ja, ich seh sie. Bau mich mal hoch. Na doch, sollte wir. Hab's klapper für dich. Jo, ich hab. Ich komm gleich. Ne, ich brauch nicht. Obwohl. Doch. Hä, wo ist der jetzt? Wo ist die Kiste? Ich hab die ganz um. Ah, da. Oh mein Gott, ich bin runtergefallen. Ey. Ich komm jetzt nicht mehr. Er ist so los. Hier ist das Lopper. Wo ist das Lopper? Nein. Okay, komm, Schifte. Jo. So war doch unser Plan, oder nicht? Ja, ja, genau. Genau. Oh, und dann hab ich noch ein Jumppad, um zu, um, Sonne zu machen. Hm. Oh, fuck, dann hat es ja überhaupt keinen Sinn gemacht, dass wir jetzt, äh, Dinge... Ja, man kann nur Dinger nehmen und schälen, ne? Fuck! Oh, oh... Ja, ne, lohnt sich nicht, Mika, lohnt sich nicht. Ja. Ja. Und man, wenn wir irgendwie tätet und uns umbringen lassen wollen, oder? Ja, und dann gehen wir in der nächsten Runde Polar und dann vom Polar... Äh, ein bisschen, ein bisschen neimtieflexen. Ich flexe bisschen neimtieflexen. Wir gehen in der Tätung, dass ich gegner, wenn wir sterben, ist es so. Ja, okay. Ist egal, Digga. Ich bin verreckt. Ich seh die. Ja, that's white. Der piekt die ganze Zeit am Fenster, jetzt an der Tür. Achso, der... Wo ist der andere? Der ist hinterher. Du hast doch Klamm. Oh, Digga. Ja, ich hab noch Klamm-Pack. Komm. Scheiß drauf, wir sterben. Hier ist Boing. Ich bin da. Junge auszulich erschrocken. Ich laufe durch den hinteren. Äh, ich brauche nur mitfangen. So. Ich glaube nur durch den hinteren Flügel. Hey, ich hab mein Bestes gegeben. Ich brauche aber eher anheben, weil ich nicht. Soll ich mir wie Blau-Pack. Ja, dann nimm die. Okay, oh, gib mir die epische. Na, alles gut, nimm die. Nein, gib mir die epische. Ich hab' die, ich mag die. Ja, I like that. Ne. Da, kann dir. Hm, danke. Gegner. Die nächsten Claps. Die kommen hier. Wir spielen die Runde doch zu Ende. Die Runde wird grad' langweilig. Findest du wie viel Kills? Ja, Digga. Wie viel Kills? Vier. Komm, wir müssen raus für Jump Hit. Hier sind Driftboards beispielsweise. Nimm da. Und da waren Roboter. 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 Bisher haben wir das alles keine Gegner. Nee, 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 nee. Ach, Digga. Ach, Digga. Ach, Digga. Sind ja auch alles gut in den Leuten unterwegs. Alles nur so. Oh, Pilze. Oh, Pilze. Kann mir denn, ach doch, du kannst dann nehmen. Kann ich Pilze noch nehmen? Wollt's mal nicht leben? Pilze für Leben, merkst du selber, ne? Ja, das ist halt schon. Ich kann die trotzdem nehmen, cool. Wo sind die? Nein, lass mich bitte. Ich brauch sie halt, das ist das Ding. Ja, ich nicht und ich nehme die trotzdem. Ich brauche dich für die Challenge brauchen. Lass da ja noch Pilze suchen. Jo. Autsch. Oh, komm, schüße. Ah, hier links, Files, komm. Wo? Hier vorne, hier unten. Lo. Habe einen. Digga, bau doch, digga. Kriegst du den? Digga, ist so ein Baumeister Bob, Alter. Ja, ich schieße runter. Komm runter. Nice, ich hab den Kill bekommen. Ist mir egal. Biest. Roboter. Das, was kommt, bloß. Ja, bei mir. Gegner. Roboter. Ey, ich brauch noch einen Pilz. Ey, komm schon, Fortnite. Ich weiß, welche sind. Hier bei mir. Wo? Roboter kommt. Ja, ich, leider. Ja, ich hab einen, ich hab einen, alles gut. Nice. Lass durchziehen. Ja, ich kann damit noch voll werden. Ja, fast. Ja, ist doch egal, Digga. Da ist ein Roboter und ich werde nicht drauf gehen. Ja, aber mein Dingsboard ist weg. Da. Da, ich hab's. Da, doch. Ja. 86, Alter. Der geht auch auf die, komm. Wenn, zusammen, ne? Ja, natürlich. Man hält jetzt Team. Ja. Das Wetter ist so los, hier oben. Der könnte uns jetzt halt wegholen, aber dann wär's so der Roboter. Der Roboter war hier oben. Warte, zusammen, er ist zusammen, er ist. Ich seh, ich seh, ich seh. Ich seh, ich seh. Ich seh, ich seh, ich seh. Das ist absolut. Zwei, eins, sehr, sehr. Lul. Lul. Einer kommt voll. Ey, dieses. No. Why, why, why. Digga, was flackt er hier, flackt er hier, was macht er hier schon? Du kriegst ihn, oder? Ich kümmere mich um sein Mate. Ich würd euch runterschießen. Die Mate, ja, schieß runter. Die sind auch unten. Ja, der Mate ist low. No. Nein, verwandelt. Ah, der andere ist auch weit. Deine ist hier oben auf dem Dach. Ja. Und da sind gleichformed, oder? Es geht also, aus dem Dach. Cool, es läuft hier, oder? Oh. Wo ist der? Weiß ich nicht. Über dir. Vielleicht ist Kohn. Du musst eh gleich in die Zone. Ich schwöre, das Teaming ist voll. Gehen rein. Nice. Ich bin weggekommen, Digga, das wollte ich. Ja, guck mal, wo die sind. Weil einer war ja noch irgendwo bei dir, ne? Ja, der ist da, Digga, der baut alles ab links. Links. Da, wo du gefahrst. Und über dir. Ja. Da, wo du gefahrst. Oh. Oh. Warte einfach, bis die Zone move und dann knallt. Dann hol sie von hinten. Muss ich mir selber vertrauen. Ja. Ich habe so lange Zeit. Versteh'n du nicht ganz, wo dich feiten. Geh' schon mal in Edit rein. Geh' schon mal in Edit rein. Musst du. Doch, musst du. Geh' schon mal in Edit rein. Geh' schon mal in Edit rein. Das ist nice. ... ... Und zwar. Ach. Nice! Let's go! Ich will die Kids! 6! Na, moin Kids! Let's go!